Happy birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute mal wieder Free Fire Max und heute spiele ich gleich das Reward, weil BR Racket kann ich nicht mehr spielen. Viel Spaß. Okay, die erste Runde geht los. Schnell einmal ausrüsten, ich nehme mir meine Weste und... Oh, was habe ich denn da drüber? Steht bei mir jetzt eine 11. M82B. Ganz neu. Habe ich noch nie gehabt vorher. Aber egal. Ähm, ja. Was soll ich noch sagen? Ich schaue mir erst mal die Käse. So. Double kill. Double kill. ok nice was wollte ich noch sagen wer wankert kann ich nicht mehr spielen weil ich habe bei 5000 punkt erreicht obwohl ich da den eintrag so hardcore gezockt habe dachte ich komme da vielleicht über die 5000 punkte aber geht nicht ich komme da nicht drüber also der renke kommt jetzt immer diese fehlermeldung geht nicht geht nicht geht nicht ok gut kein problem spielt kein bricke jetzt mehr oh ist Das war's. Was sind denn die Grenzen? Hm. Okay. Die waren da, wo ich nicht war. Was sind die Grenzen? Ich bin der Grenzen. Okay. Okay. Schiffa, schiffa! Haben wir nur noch geschafft! so haben wir die waffe kaufen wieder wüstung kaufen Ich wollte es. Gute Arbeit. Hilf mir. Ich glaub, die anderen waren alle AFK gewesen. Oh, da ist echt schade. Okay. Was? Ja, also, ich hab vollschlagen, was du erzählst, deswegen konnte ich kein BR Racket mehr spielen, weil ich schon die 5000 Punkte erreicht habe und bei mir die Fehlermeldung kommt immer die MM35 Fehlermeldung oder 36. Gut gespielt. Und deswegen spiel ich jetzt CS Flash Squad. Hab da 23 Stunden Livestreaming gemacht. Eigentlich, glaub ich, 24 Stunden war anders. In dem Zeitraum habe ich alles bis dahin gezockt. Also, die, die Bearing Kit. Schau mal die Punkteverteilung an. Likes verteilen. Gut, gut. Wir haben alle gewonnen. Und wer hat hier... Der war sehr gut. Gut. Dann sag ich mal, bis gleich in der zweiten Runde. Die zweite Runde geht los. Steht schon wieder da. Elfter. Elfter. M82B. Ist, glaub ich, gut, oder? Wie war das? Das war ich. Okay, das war jetzt. Ich fiel für mega. Die zweite Runde. Ich fiel für mega, wenn. Ich fiel für mega, Da. Es wird da, ich fiel für mega, da. Das war hier. Na gut, ich habe einen gekillt. Gut, das war die erste Runde, die zweite kommt sofort. Da war was anderes jetzt, ne? Machen wir es so. 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 Jo, ja, das war keine gute Idee. Ja, dann nehmen wir mal die Ampere 5 wieder. wir haben ja noch nicht verloren die runde finde ich gut der end genauso wie ich das ist ich versteh nix ich nix verstehen nicht andere baustelle so weiter geht's jetzt haben wir den ganzen spieß gedreht nein ich kann da nicht hoch ich hab nur nahrkrampfwaffe ja 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 Doppelkill Was ist das? Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Okidoki. 2-2. Ach Mensch. So. Ich habe eine Spritze nehmen. Ich habe aber zum... Ich habe das nicht mehr auf der Taste F. Ach Mensch. Ist aber... Auf X habe ich das gemacht. Ah. Ah. First Blood. Wee. Okay. Schon gewonnen? Was? Kein mitgekriegt. So, dann erstmal wieder die Pilzefutter. Zack, zack, zack. Was ich haben möchte. Ist alles auf... Halt. Das kann ich denn jetzt auch holen. Ah, hier. Jetzt nochmal. Ah, egal. Ah, mein Auge juckt. Was mache ich hier jetzt? Ah... Okay. Ah, unten. Jawohl. Nice. Schön. Er war der beste Spieler. Ich habe ein bisschen komisch heute gespielt. Aber egal. Hat gepasst. Wir haben trotzdem zweimal gewonnen. Wer ist mehr als 2000? Der hier. Nice. Gut. Und dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage, gedankeschön für das Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ich habe jetzt mal geliebenscheidigung. Ich habe jetzt schon mal geliebenscheidigatoren.